Können wir hier ein Portal machen? Nein. Wir können im Wasser ein Portal machen. Was jetzt nicht so wirklich toll ist. Haben wir hier Lichtzauber noch? Magisches Licht. Haben wir noch nicht erforscht. Nein, okay. Schleim. Knochen, Knochen, Knochen. Lichtzauber. Ich hätte gerne da Licht und da Licht und da Licht und wir können hier nirgendwo noch ein Portal setzen. Hier will ich aber hin. Ja mach mal hier ein Portal und versuch mal das Wasser aufzusammeln. Will er nicht, okay. Oh, das ist hell. Ne, hier wird keiner hinten porten. Das ist irgendwie auch verständlich, aber... Okay, wir müssen hier hinten. Also porten wir uns dahin und machen ein Loch. Das will ich mir angucken. Okay, Portal. Da-Gram. Da-Gram. Es fließt alles ab hier unten rein. Sehr schön, das geht sogar. Okay, jetzt bitte ich hier alle Ressourcen abbauen. So... Gre... Kohle, 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 Kohle. Gold. Sehr, sehr wichtig. Was haben wir da? Eine eiserne Falltür. Silber. Mehr Scafolien. Achso, da ist gar kein Ding ins. So, du noch weg, du weg, du weg, du weg. Das ganze Skafolien wieder einsacken. Was haben wir da? Öh! Na, endlich. Also es wurde mir ja schon mehrfach gespoilert, aber ich wollte es halt nicht benutzen. Aber jetzt haben wir das Rezept, also darf ich es jetzt auch benutzen. Beeren, Stein, Gibi. So. Hier zähle ich gerne den Feuerball zauber. Dafür brauchen wir nämlich auch Öl. Zombie-Gehirn. Nadelkristall-Dings. Schleim. Und Öl. So. Feuerball sauber. Also wenn wir das nächste Maskelette kommen, wenn wir genug Mana haben, einfach reinbrezeln. So, neues Portal. Und einfach mal hier langen Grabungen zu gucken, was da ist. Und da ist auch noch Gold. So. Punkt 1. Punkt 2. Tesla-Turm. Da drauf. Großer Herd. Herd mit Iron Extras. Okay. Und auf der Höhe kommt später ein Turm. Also. Da und da. So und so. Das weg. Das weg. Er kann da gleich der Tesla-Turm drauf. Wir müssen später nur den Boden ersetzen durch. Steinmauer halt. So komm schon. Stein da hin bitte. Da ist er. So. Das ist der Dorm. Sieht da ein bisschen mickrig aus. Aber das kriegen wir schon hin. Das muss halt alles noch runter gegraben werden hier. Weg. Graben. 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 Und das Wasser weg. Sammel Wasser. Sammel Wasser. Sammel. Wasser. Weinfass. Oh. Sehr schön. Sammel Wasser. Weg. 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 Paket. Schon wieder so ein Ding. Wir haben jetzt zwei Weihnachtsfesten und eine Weihnachtsmütze bisher. Graben. Graben. Muss noch ein tiefer ne? Ja. Weg. 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 Silberschwert. 15 Schaden. Okay. Und das hier auch noch alles weg. Und da kriegt ihr neues Portal. So. Steinwand. Da. Brauch. Wasser. Brauch. Wir haben was? Keinen Sand mehr. Wir haben jetzt keinen Sand mehr. Ersetze. Vorne Stein. Ersetze. Vorne Stein. Ersetze. Vorne Stein. So. Sieht das doch mal nach einer Mauer aus. Sehr gut. Äh. Genau. Nicht so komische Deko. Was? Bausteinwall. Was macht ihr hier für Unsinn? Hier. Scaffolding. Macht mal. Bausteinwall. Ersetze Stein. Und das da wieder. Umbauen. So. Geht aus dem. Genau. So. Dich noch zurechtdingsen. Dich noch zurechtdingsen. Ersetze Stein. Ersetze Stein. Ersetze Stein. Ersetze Stein. Ersetze Stein. Ersetze Stein. Dann müsste der Bunker soweit fertig sein. So. Du bist glücklich. Haben wir irgendwo Zwergennot? Ja. Baut das hier bitte mal ab. Portal. Das da kann auch noch weg. Die Scaffoldings können weg. 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 Eine Kanne für Flüssigkeiten. Achso. Wenn man keine Eimer bauen will. Wenn man kein Holz oder Nägel oder sonst was hat. Kann man aus Ton welche machen. Das ist ganz okay. Ich würde trotzdem gerne wissen was hier hinten ist. Ist das Meer hier schon? Ne. Noch lange nicht. Sehr gut. Außerdem kriegen wir so auch Sand ab und an jedenfalls. Grab. Mein Fass. Ne. Ist man nur dort. Und Stein. Wo kommt der Stein her? Das ist sehr komisch. Zwerge sind hungrig. Was? Stopp hier wo? Wir haben 36 Fleisch. Da sollte doch was gehen oder? So. Also. Misch der Salat. Da. Ah die Tische sind leer. Salat. Salat. Suppe. Da. Ganz viel Fleisch durch auf dem Fußboden. Sehr schön. Also bei den Barren ist es ja noch cool. Dass sie da rum werken und dann plumpst immer so ein Barren zur Seite runter. Aber bei den Steaks ist das irgendwie nicht mehr ganz so appetitlich. So. Grilltes Fleisch da. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Nein. Die sind am Tratschen. Okay. Geschwindigkeit auf 1. Was zu tun suchen für die Zwerge. So. Scaffolding kann erstmal weg. Oh. Und der Tesla Turm wurde abgebaut. Als wir den Boden ersetzt haben. Es ist nicht schön. Er wurde zerstört. Was? Der ist da drin? Graben. Graben. Jungs ihr habt da einen Fehler gemacht. Einen ziemlich komischen Fehler. So. Guckt mal bitte wo der Tesla Turm ist. Hä? Äh. Das wäre der Tesla Turm. Okay. Also wir haben jetzt hier Steine abgebaut. Aber es sind immer noch Steine da. Da. Und zwar sowohl hinten als auch vorne. Äh. Äh. Okay. Ich verstehe ihn einfach. Nach Hause tragen lassen. Weil ich denke mal. Da wird jetzt da auf dem Boden liegen. Und erst aufgehoben werden können. Wenn der Stein ganz weg ist. Okay. Oder wenn wir den Tesla Turm kaputt hauen. Weil da liegen ganz viele Bestandteile, die zum Tesla Turm gehören. So. Mauer. Und was soll es? Einfach einen neuen Tesla Turm bauen. So. Du. Lager. Ja. Tesla Turm Nummer 2. Braucht wieder Quacks. Braucht wieder Gold. Stahl. Ups. Nicht auf das Falsche klicken. Raus. Na. Silber. Stein am Stein. Bauen wir mal gleich wieder. Bauen wir mal wieder aufhauen. So. Und dann bauen wir einfach da noch einen hin. Und da noch einen hin. Und da noch einen hin. Und dann haben wir so unsere Verteidigungsanlagen. Wobei ich auch dafür wäre, dass wir auf dem Dach noch mal extra Tesla Turm bauen. Einfach nur für den Fall, dass irgendwann vielleicht fliegende Gegner kommen. So ein großer Drache zum Beispiel. Das wäre jetzt nicht ganz so toll zum Beispiel. So. Ersetze Stein. Ersetze Stein. Ersetze Stein. Bitteschön. So. Zwerge die feststecken. Portal. Oh. Yatagan. Ein gefährliches gebogenes Schwert aus Gold und Silber. Dem Silber. Alles weg, 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 weg. So. Doppelgeschwindigkeit. Abbauen. Oh, da ist ja noch mehr. Und Gold und... Ja, doch. Gefällt mir hier. Wenn die Zwerge mal in die Potte kommen würden. Da unten ist noch eine Höhle mit Diamanten. Auch wenn die Diamanten jetzt wohl keinen wirklichen Sinn haben im Sandbox-Mode, oder? Weil wir wollen das Portal ja gar nicht bauen. Aber gut. Wenn wir später irgendwann wirklich nichts mehr zu tun haben und das total einfach ist, dann können wir wirklich das Portal nochmal bauen und hoffen, dass wir jetzt von hier aus woanders hin springen können. Mit unseren Zwergen. Weil... Es soll inzwischen ja die Eiswelt geben. Das wäre schon ganz interessant da rein zu gucken. So, das dazu. Wollen wir zu den Tester dürfen? Bauen wir mal ganz schnell da. Bauen wir mal ganz schnell Die Teslatür, bin ich will testen, wie es funktioniert. Ja. So, Teslatür... jetzt geht nach hause nicht ratschen nach hause gehen hier macht 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 irgendwas ich finde nichts zu machen hier macht die bärenbüsche weg und das wildschwein jungs ich habe gesagt ihr sollt bärenbüsche weg machen und die wildschweine genau fangt anzuschreien und lauf ins portal ist okay so muss ich nur noch die goblins dazu bewegen näher ranzukommen was wird wohl irgendwann von einem passieren so wie sieht es mit ausrüstung aus silber rüstung silber rüstung silber rüstung leder leder einholz also wir bräuchten der mantel von center der hut von center wir haben jetzt irgendwo ein center zwerg ich denke da fehlt noch ein gegenstand solange die nicht haben können wir noch umziehen center zwerg ziehe die billige rüstung an und das leder schild ding da also wir brauchen schuhe zur bräuchten besten bessere schuhe als lederschuhe oder haben wir noch nix okay also einmal lederschuhe bitte sei leder lederschuhe wir brauchen rüstung wir brauchen wir stahl und silber silber haben nicht besonders viel in barrenform das sollten wir ändern aber nicht alles einschmelzen sonst haben wir halt nichts mehr für die testleitung zum beispiel so gold gold ähnliches beim gold dann brauchen wir noch gold bauen führen mit trill bauen haben wir fast keine mit riemitri kohle kohle weil ich wollte mir rüstung bauen genau silberne heil silberne helm ISO 100 3 sowie guns oder nö bestimmungen stahl rüstung gold rüstung mit oil rüstung machen wir stahl dafür denn halten wir vom 223 vier stahl rüstung Weil Eisen und Kohle finden Welt recht häufig, im Gegensatz zu den anderen Sachen. Kommt schon. Kommt hierher. Oh, warte mal. Du, Kontrolle übernehmen. Was kriegen wir hin? Komm her. Oh. Das ist nicht gut. Das ist absolut nicht gut. So, töten. Alle töten. Okay, also ich denke, der Fehler war wirklich, die Scaffolding da stehen zu lassen. Weil sonst kommen die nicht so einfach hoch. Die müssen erst hier komische Sachen da bauen. Oh oh. Okay. Genau, soll die ganzen Bruchstücke wieder ein. Push. Push. Ja. Das hätte ich mal vorher machen sollen. Oh, und kein Mana mehr. Nee. So, dich töten. Und in der nächsten Folge bauen wir den Turm nochmal wieder auf. Sorgen wir dafür, dass hier keine Scaffolding so rumstehen. Und dann können wir uns auch mehr darauf verlassen, dass der Turm oder die Türme das Ganze regeln. Stimmt, für die könnten wir hier auch einen Türm aufsetzen. Weil es gibt ja schon fliegende Kreaturen, die habe ich ganz vergessen. Weil die eigentlich nicht so wirklich gefährlich sind. Aber na gut. Erstmal eine kleine Pause. Und gleich in der nächsten Folge nicht vergessen, da und da neue Tesla-Türme zu bauen. Also bis denn. Bis denn. Bis denn. Bis denn. Untertitelung des ZDF, 2020